Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch den Reverse Proxy, der mein Leben verändert hat. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber zumindest einiges erleichtert hat. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was zur Hölle ist ein Reverse Proxy oder auch Edge Server genannt, je nachdem aus welcher Region man kommt. Und so ein Reverse Proxy kann man sich im Prinzip vorstellen wie jemand, der an einem Hotel an der Rezeption steht. Wo man hingehen kann und fragen kann, yo ich möchte gerne zur Sauna oder ich würde gerne in die Bar. Und dann sagt euch die Person an der Rezeption, wo ihr da hinlaufen müsst, um da hinzukommen, um euch richtig volllaufen lassen zu können. Das Ganze macht ein Reverse Proxy bzw. Edge Server mit euren Webservices, die ihr auf eurem Webserver laufen lasst. Das heißt, ihr habt einen Entry Point, das ist meistens eure Website. Nehmen wir als Beispiel mal meine eigene Website, zekro.de. Die läuft auf meinem Server natürlich und wenn ich auf zekro.de gehe, dann komme ich natürlich auf meine eigene Website. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf docker.zekro.de gehe, dann komme ich auf eine komplett andere Application und zwar auf meinen... Fällt gerade echt nicht mehr ein, wie das Ding heißt. Ah. Auf meinen Portainer-Host, wo ich halt meine ganzen Docker-Container verwalten kann. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf s.zekro.de gehe, dann möchte ich natürlich, dass das alles an meinen Short-Link-Service-Vector weitergeleitet wird. Und da ich ganz viele verschiedene Anwendungen auf meinem Server laufen lassen habe, die alle in verschiedenen Docker-Containern laufen, kümmert sich quasi dieser Edge-Server, Reverse Proxy, je nachdem wie man es nennt, um das Routing, je nachdem auf welche Website ich genau unter meiner Domain gehe. Zudem kann er sich auch darum kümmern, auch wieder jetzt um das Beispiel von dem Rezeptionist aufzugreifen. Kann man zum Beispiel auch sagen, ey hier, du gehörst hier gar nicht rein, verpiss dich mal ganz schnell, du bist nicht autorisiert hier rumzulaufen. Oder man kann demjenigen noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben, wie zum Beispiel, yo, wenn du zur Bar gehst, dann sag mal gleich noch mit, dass du hier von mir kommst und dass du eigentlich daher gekommen bist und dass du das und das mitbringst und so weiter und so fort. Das wären dann zum Beispiel Middlewares, die man dazwischen schalten kann, auf die ich dann später auch nochmal zu sprechen komme. Das ist im Prinzip der Sinn von einem Reverse Proxy, grob erklärt. Und früher habe ich als Reverse Proxy tatsächlich einfach ein Nginx genommen, wo ich dann für jeden einzelnen Service, den ich habe, für meine Nextcloud, für meine Webpage, für meine Shortlink-Services und so weiter und so fort, habe ich einfach für jeden einzelnen Service eine Konfiguration geschrieben, die dann von Nginx geladen wurde und dann halt je nachdem geroutet wurde. Das war natürlich nervig, weil wenn ich einen neuen Service ausgerollt hatte, musste ich halt dann die Konfig kopieren, anpassen, Nginx neu starten und so weiter und so fort und das war einfach nur nervig. Zudem hatte ich auch das Problem, dass ich keine Möglichkeit bei mir eingerichtet habe, dass Zertifikate automatisch erneuert wurden, weswegen halt die immer alle Vierteljahr ausgelaufen sind und ich die dann manuell erneuern musste, mich dann nicht daran erinnert habe und dann irgendwie für ein paar Stunden halt einfach meine Web-Services nicht zur Verfügung standen, was halt auch einfach nur nervig ist. Ja und dann bin ich durch den guten Sebastian aka Skillkiller, Grüße gehen übrigens raus an der Stelle an dich, den Reverse Proxy Traffic kennengelernt. Hab davor noch gar nichts davon mitbekommen und generell glaube ich auch, dass Traffic gar nicht, oder Traffic, je nachdem wie ihr das aussprecht, ich spreche es hier Traffic aus, weil tatsächlich heißt auch der Name so, aber eigentlich steht auf der Webpage, es wird Traffic ausgesprochen. Also wundert euch nicht, falls ich da irgendwie hin und wieder mal die Aussprache ändere. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das gar nicht so ein Common Reverse Proxy ist und noch gar nicht von so vielen Leuten verwendet wird, weswegen ich halt dieses Video hier an der Stelle mache. Was sind denn jetzt die Vorteile von Traffic? Und zwar hat es meiner Meinung nach eine wesentlich übersichtlichere Konfiguration, die auch wesentlich klarer aufgeteilt ist in die einzelnen Bereiche und Konzepte, die Traffic unterstützt, wie zum Beispiel Middlewares, Endpoints, Router, Services und so weiter. Die Konfiguration ist auch wesentlich besser dokumentiert oder übersichtlicher dokumentiert, meiner Meinung nach. Wir schauen uns nachher auch gleich nochmal die Dokumentation so ein bisschen an. Und man bekommt halt einfach super viel out of the box. Im Prinzip ist Traffic einfach nur eine Binary, die ihr euch runterladen könnt, starten könnt mit einer Basic Configuration, wie zum Beispiel welche Provider ihr nutzen wollt. Und dann funktioniert das im Prinzip out of the box. Und ihr habt da halt super viele Sachen dabei, wie zum Beispiel Service Discovery, wenn ihr Docker benutzt oder Kubernetes oder sowas. Ihr habt Acme mit Let's Encrypt dabei, was automatisch eure Zertifikate erneuern und anfordern und verlängern kann. Ihr habt Predefined Middlewares, die ihr benutzen könnt. Verschiedenste Configuration Provider, die ihr nutzen könnt. Und Load Balancer, die ihr benutzen könnt. Also klar, das Ganze hat man im Prinzip bei Nginx auch. Aber für manche Sachen, wie zum Beispiel die Discovery, braucht man noch extra Demons oder Plugins oder Skripte. Und dadurch, dass das halt alles in Traffic drin ist, out of the box, könnt ihr halt super einfach Environments abspinnen, ohne dass ihr da irgendwelche Sachen noch extra mit dazu installieren müsst. Was meiner Meinung nach einfach wesentlich angenehmer ist. Eine Sache müsst ihr jedoch beachten und zwar ist Traffic kein Webserver. Das heißt, wie bei Nginx oder Apache könnt ihr keine Static Files damit surfen, sondern das ist wirklich im Prinzip nur ein Reverse Proxy, der auf eure Services zuweist. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Static Files irgendwie surfen wollt, wie eine Website oder so, dann braucht ihr einen Service, der das macht. Was dann im Endeffekt wieder vielleicht ein Nginx sein könnte, der dann halt einfach nur Static Files surft oder irgendeinen anderen Webserver, je nachdem, was ihr da nutzen wollt. Das sollte dir am Klaren sein. Also es könnte sein, dass ihr vielleicht doch irgendwo ein Nginx braucht als Webserver, weil Traffic sich nur um das Routing kümmert zwischen Services und den Endpoints. Das heißt, ihr könnt auch nicht mit Traffic irgendwelche PRP-Apps nativ deployen, sondern ihr braucht die dann entweder halt in einem Docker-Container oder auch wieder hinter einem anderen Webserver wie Apache oder Nginx. Das sei nur gesagt, nicht, dass ihr euch dann wundert, oh, ich kann hier ja gar nicht mal eine Website irgendwie über einen File Path oder sowas einbinden. Bevor wir anfangen, Traffic zu konfigurieren, möchte ich erstmal grob darauf eingehen, aus welchen Komponenten denn Traffic überhaupt aufgebaut ist. Da gibt es zum einen hier die Configuration des KV, denn Traffic bietet ganz, ganz viele Provider, mit denen man Traffic konfigurieren kann. Der Hauptprovider, den wir nutzen werden, ist hier Docker, denn das macht es relativ einfach. Wir können nämlich hier am Beispiel von zum Beispiel Docker Compose einfach ein Label an unsere Container ranhängen, über die dann die Services konfiguriert werden. Das macht es halt relativ schön. Wir haben alle unsere Konfigurationen in der Docker Compose-Datei und brauchen nicht noch irgendwelche extra Konfigurationen für jeden Service verwalten. Und wie ihr hier schon seht, es gibt noch eine ganze Menge andere. Ihr könnt das Ganze über Console konfigurieren, über Kubernetes, über Venture, Marathon und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze über HTTP-APIs zu machen, dass ihr quasi einen Webserver habt, der die JSON-Config einfach ausliefert oder über Redis. Es gibt auch eine wunderschöne dynamische File-Konfiguration. Das bedeutet, ihr könnt hier eure Konfiguration einfach in eine YAML-Datei packen und Traffic erkennt automatisch Changes daran und übernimmt die tatsächlich auch dynamisch. Das funktioniert zwar nicht mit allen Konfigurationen, aber mit den meisten. Das ist aber hier auch alles dokumentiert, was in der dynamischen Config funktioniert und was nicht. Des Weiteren seht ihr hier auch, es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze über direkte Command-Line-Arguments zu konfigurieren. Das macht es natürlich auch relativ einfach, das alles zentral in der Docker Compose zu verwalten. Aber wie gesagt, darauf gehe ich gleich ein. Es gibt auch zwei Hauptkonfigurationsformate. Das eine ist Tommel, das andere ist YAML. Und wenn ihr mit dieser HTTP-API arbeitet, könnt ihr auch mit JSON arbeiten. Beziehungsweise es müsste auch eine JSON-Datei als Konfigurationsdatei funktionieren. Wir werden uns aber auf YAML konzentrieren hier an der Stelle. Dann im Bereich Routing und Load Balancing gibt es die Entry Points, die im Prinzip die Definition sind, was von außen in euren Server hineinkommt. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel. Wir haben hier einen Entry Point für HTTP und einen Entry Point für HTTPS. Und dann hier vielleicht noch Entry Points für zusätzliche TCP oder UDP-Services. Aber wir werden uns hier an der Stelle mal auf HTTP und HTTPS konzentrieren. Diese Entry Points leiten dann weiter an die Router und die Router leiten dann weiter an die Services. Router sind dann im Prinzip die Konfigurationen, wo wir sagen können, okay, wir leiten das jetzt hier an den Docker-Service weiter oder wir leiten das an den Server auf einem komplett anderen physischen Server weiter. Dann können wir hier Rules definieren, über die wir dann unser Routing definieren. Alle Rules, die es gibt, da gibt es eine ganze Menge, findet ihr hier unten. Ein Beispiel dafür, wie gesagt, werden wir uns dann gleich in der Konfiguration anschauen. Ich würde euch sowieso empfehlen, wenn ihr das auf euren Server anwenden wollt, dann schaut euch hier die Dokumentation mal durch, denn es gibt auch ein paar Sachen zu beachten mit der Priority und so weiter. Ihr könnt da auch ein paar Overwides setzen. Aber falls ihr da komplexere Sachen machen wollt, ist das, was ich euch jetzt zeige. Wie gesagt, schaut euch die Doku durch. Ja, und dann gibt es Services. Das sind dann im Prinzip entweder eure Docker-Services, wie wir es in dem Fall haben, oder irgendwelche Kubernetes-Pots und so weiter und so fort, beziehungsweise irgendwelche Server auf anderen physischen Servern. Da könnt ihr im Prinzip relativ flexibel das Ganze definieren, weil ihr da speziellere Cases habt. Wie gesagt, schaut euch hier die Doku an. Und dann gibt es Middlewares. Wie der Name Middleware natürlich schon aussagt, diese könnt ihr zwischen den Entry-Points, beziehungsweise zwischen Routern und Services dazwischen klemmen. Es gibt ganz verschiedene Middlewares, die mitgeliefert werden, zum Beispiel hier Add-Prefix-Middlewares, mit denen ihr die Pfade verändern könnt. Ihr könnt eine Weight-Limit-Middleware dazwischen setzen, eine Strip-Prefix-Middleware, die auch hier wieder Path-Modification macht, eine Weight-Limit-Middleware, Authorization-Middlewares und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge. Schaut euch hierzu einfach die Doku an. Ein paar werde ich euch gleich zeigen. Das sind so die Grundkomponenten, aus denen Traffic zusammengebaut ist. Ja, wie ihr hier seht, habe ich hier schon mal eine Docker-Compose-Konfiguration vorbereitet. Warum Docker-Compose? Ich benutze das Ganze auch darüber, beziehungsweise managen so meine Services auf meinem eigenen Server. Und ich denke mal, für die meisten von euch wird das hier auch zutreffend sein, weil ich glaube, die wenigsten benutzen so etwas wie Kubernetes oder so etwas. Und ich habe das Ganze hier in einer Git-Repository. Ich finde es immer relativ schön, das in einer Git-Repository zu deployen, weil damit hat man zum einen so ein bisschen Version-Control über seine Konfiguration und es lässt sich halt relativ straight forward auf seinen Server deployen. Zudem könnt ihr hier die Repository natürlich mal wieder wie immer unten in der Videobeschreibung einsehen, falls ihr das Ganze nochmal abstrakter betrachten wollt. Ihr könnt das Ganze natürlich aber so deployen, wie ihr wollt, ob über SCP oder irgendwelche anderen Services, wie ihr darauf Lust habt natürlich. Als Beispielanwendung verwende ich hier an der Stelle Vector, meinen Shortlink-Service, weil der hat eine relativ schöne Konfiguration, wie wir auch so ein bisschen mit Routing arbeiten müssen, denn das Gateway, die API soll ja natürlich über denselben Endpoint laufen wie Vector, wie das Frontend von Vector selber. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen Routing machen, daran kann ich das ganz gut demonstrieren. Zudem haben wir hier Retis und Postgre, die halt benötigt werden für das Gateway und Traffic als unseren Reverse-Proxy. Dann haben wir hier oben noch ein paar Volumes für das Ganze, die wir dann einbinden werden. Und schauen wir uns jetzt mal die Konfiguration von Traffic an. Wir benutzen hier das Image Traffic Latest. Wie ihr hier schon seht, über die Command-Line definieren wir hier unsere Grundkonfiguration für Traffic. Warum über Command-Line? Ich finde es halt relativ schön, das Ganze nicht in einer extra Datei machen zu müssen, sondern das halt hier dynamisch in der Docker-Compost-Konfiguration zu haben. Hier definieren wir zum einen, dass wir als Provider Docker benutzen wollen und hier noch einen weiteren Provider definieren und zwar unsere Konfigurationsdatei bzw. unsere Dynamic-Conf. Des Weiteren spezifizieren wir hier unseren HTTP-Entrypoint und unseren HTTPS-Entrypoint. Und ich habe hier definiert, dass Docker-Container nicht automatisch exposed werden. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel so etwas habt wie Minio oder so, was auch eine HTTP-API hat, würde das automatisch exposed werden. Und bei manchen Sachen möchte man das nicht unbedingt. Deswegen habe ich hier explizit eingestellt, dass alles manuell gesetzt werden muss, wenn es exposed werden soll. Und dann haben wir hier unten auch schon unsere Konfiguration für unseren Certificate Resolver, der sich dann also um unsere TLS-Zertifikate kümmert. Denn ich habe den ganzen Test-Server hier auch an eine Domain angebunden. Hier benutzen wir ECMI bzw. Let's Encrypt als Certificate Resolver. Da definieren wir hier eine E-Mail des Ansprechpartners. Das ist halt hier meine contact.zekro.de. Dann spezifizieren wir hier eine Datei, wo die ganzen Certifikate hineingespeichert werden sollen. Das Ganze mache ich hier in meinen ZertStore-Volume. Müsst ihr dann halt selber sehen, wo ihr das Ganze handeln wollt. Wichtig ist, da drin werden dann auch die Private Keys gespeichert. Also speichert das irgendwo, wo es auch definitiv sicher ist. Und dann definieren wir hier noch unseren Entrypoint, über den dann der ECMI-Workflow halt abläuft. Das wäre hier in meinem Fall halt HTTP. Dann geben wir hier unsere beiden Ports frei. 8080 für HTTP und 443 für HTTPS. Auch das, was wir hier oben spezifiziert haben. Und hier unten definieren wir unsere Volumes. Wichtig ist an der Stelle, dass unbedingt hier der Docker-Socket übergeben werden muss, damit Traffic halt die Container discoveren kann und daraus auch die Konfiguration beziehen kann. Des Weiteren habe ich hier den CertStore mit eingehangen. Hier kann man weitere File-Zertifikate noch mit hineinhängen. Und hier habe ich unsere dynamische Konfiguration mit reingehangen. Auf die werde ich jetzt auch gleich noch mit eingehen, denn ich möchte auch mal kurz demonstrieren, wie die File-Configuration von Traffic aussieht. Das ist hier unsere File-Konfiguration. Und hier oben seht ihr schon, falls ihr noch Zertifikate habt, die ihr als Datei habt und die ihr nicht über Let's Encrypt auto-reignionen lassen wollt, beziehungsweise generieren lassen wollt, könnt ihr die so hier einbinden. Des Weiteren habe ich hier noch ein paar weitere Router manuell hinzugefügt, die nicht über Docker kontrolliert werden. Das ist zum einen hier ein Router, der automatisch HTTPS-Redirecting vornimmt. Das bedeutet, wie ihr hier schon seht, das Entry-Point habe ich hier HTTPS gesetzt und die Rule definiert, dass alles, was da in HTTPS reinkommt, an die Middleware HTTPS-Redirect weitergeleitet wird. Wie ihr hier schon seht, das ist eine Redirect-G-Middleware, die dann auf HTTPS-Redirected. Zudem habe ich noch eine Sub-Redirect-Middleware eingestellt, beziehungsweise ein Router eingestellt, der automatisch alle Sub-Domains, die nicht existieren, die nicht geroutet sind, automatisch an diese Adresse hier weiterleiten. Da man überall einen Service angeben muss, habe ich hier an der Stelle einen No-Op-Service angegeben, weil sowieso die ganzen Middlewares alle redirecten, ist das hier an der Stelle irrelevant. Deswegen, dass einfach ein Load-Balancer-Service ist, der hier an eine undefinierte URL weiterleitet. Wie gesagt, der Service wird eh nie aufgerufen, deswegen ist das halt ein No-Op-Service. So, gehen wir mal zurück in die Docker-Compose-Konfiguration. Hier haben wir jetzt natürlich Postgre und Redis, das sind einfach hier nur als Datenbank und Caching-Service. Die sind hier an der Stelle einfach unrelevant, weil die sind nicht nach außen exposed, die sind nur in diesem Docker-Compose-Stack-Netzwerk hier verfügbar für die anderen beiden Services, beziehungsweise für den Service hier. Denn das hier ist das Gateway, beziehungsweise das Backend für Vektor. Hier seht ihr schon, das ist ja das Vektor-Image und so weiter, das exposed den Port 80. Und hier haben wir ein bisschen Environment-Reviable-Configuration für Vektor. Hier haben wir ein bisschen Dependencies. Und dann haben wir hier unsere Konfiguration für unseren Service. Hier seht ihr schon, Traffic-Enable bedeutet einfach hier, dieser Container soll nach außen exposed werden. Das ist die Sache, die ich hier oben meinte mit Exposed by Default. Das heißt, dass alle Container, die auch eine HTTP-API exposen, werden nicht an Traffic weitergeleitet, sondern erst wenn ihr das hier explizit definiert, wird das über Traffic exposed. Dann spezifiziere ich hier, dass unsere Entry-Point HTTPS benutzt werden soll, dass wir TLS benutzen wollen und hier unseren Zertifikat-Resolver Let's Encrypt benutzen wollen, den wir hier oben definiert haben. Und dann übergebe ich hier unsere Routing-Rool. Und zwar alles, was in demo.secro.de reinkommt, also den diese Host-Adresse hat, wird hier an diesen Service weitergeleitet. Wir benutzen hier auch keine Middlewares, das heißt, das wäre unser Router für unser Vektor-Gateway. Kommen wir jetzt zum Vektor-Frontend. Das ist hier einfach ein ganz normaler Nginx-Server, den wir hier benutzen. Also ein ganz normaler Nginx-Fileserver. Und der wird auch über 80 exposed. Und hier sieht die Konfiguration ein bisschen komplizierter aus. Hier haben wir wieder Traffic Enabled Tool. Dann sagen wir hier auch wieder, wir benutzen HTTPS aus unseren Entry-Point, setzen TLS auf Tool und benutzen Let's Encrypt. Wenn ihr hier schon seht, wir haben hier einen anderen Overwight. Und zwar benutzen wir hier auch demo.secro.de als Host. Sagen aber, alles was den Path-Prefix slash UI hat, soll an diesen Service hier weitergeleitet werden. Und wie ich das vorhin ja schon in der Dokumentation gezeigt habe, eine Vool, die länger ist, überschreibt immer eine Vool, die kürzer ist. Ihr könnt das natürlich auch selbst definieren mit Priorities und so weiter, aber das ist die Default Priority. Das heißt, das hier überschreibt das hier. Das heißt, alles was mit Slash UI anfängt, wird hier an diesen Service weitergeleitet. Und jetzt haben wir hier unten eine Middleware definiert, die heißt Vector-FE-Strip-Prefix. Und das ist eine Strip-Prefix-Middleware, die hier diese Slash UI, die halt hier diesen Slash UI-Path abschneidet. Das heißt, das was eigentlich in dem Container dann ankommt, ist dann ohne dieses Slash UI. Und hier oben spezifizieren wir dann bei unserem Router, dass wir hier unsere Vector-FE-Strip-Prefix-Middleware benutzen wollen. Und das ist im Prinzip schon unsere gesamte Konfiguration. Ja, jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie man das Ganze deployt. Ich habe jetzt hier einen VPS aufgesetzt, auf dem Docker-Compose installiert ist. Hier machen wir jetzt an der Stelle Git-Clone und laden uns erstmal hier unsere Repository mit unserer Konfiguration herunter. Wie ihr hier schon seht, ist die hier mit drin. Das können wir auch jetzt hier an der Stelle mal kurz ausgeben. Und mit Docker-Compose-up-d können wir jetzt hier unseren Docker-Compose-Stack starten. Wir können jetzt checken mit Docker-Compose-PS, ob auch alle Services laufen. Hier seht ihr auch schon, dass hier diese internen Ports belegt sind und nur Traffic hier tatsächlich nach außen weiterleitet. Über Port 4483, wie wir das halt spezifiziert haben. Und wie gesagt, ich habe den Server ja auch an meine Domain angebunden. Und mit Let's Encrypt haben wir auch Zertifikate festgelegt. Das heißt, wir können jetzt hier mal auf demo.secro.de slash UI gehen. Und da seht ihr hier, dass das Ganze hier erreichbar ist. Und wir jetzt hier auch ein Zertifikat haben, was von Let's Encrypt ausgestellt wurde. Das Zertifikat wird auch automatisch verlängert, wenn es ausläuft. Das heißt, ihr braucht euch da auch nicht drum kümmern, das jedes Vierteljahr zu erneuern. Und wir können jetzt hier uns einfach mit den spezifizierten Contentions anmelden. Und das Ganze funktioniert. Ja, und wie ihr seht, Traffic lässt sich meiner Meinung nach extrem einfach aufsetzen. Vor allem, wenn man halt viel mit Docker arbeitet oder mit Docker-Compose. Für mich persönlich ist Traffic einfach eine wesentlich angenehmere Möglichkeit, meine Sachen zu routen und zu konfigurieren. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das besser findet als zum Beispiel Nginx oder Apache. Es ist meiner Meinung nach auch alles erchievbar mit zum Beispiel Nginx-Plugins oder irgendwelchen Skripten, wie ich das schon gesagt habe. Es hängt rein von euch ab, womit ihr lieber arbeiten wollt. Aber ich wollte euch hier an der Stelle einfach mal Traffic zeigen, falls ihr das noch nicht kanntet. Seht das Ganze jetzt vielleicht nicht unbedingt auch als Tutorial. Denn ich wollte euch einfach mit diesem Video kurz zeigen, was Traffic ist, was man damit machen kann. Wie es aufgebaut ist. Wie man es einigermaßen grob konfiguriert. Beziehungsweise wie generell so die Struktur daran ist. Falls ihr mehr Interesse daran habt, dass ich da vielleicht auf ein paar Sachen genauer eingehe. Dann schreibt das mal in die Videokommentare. Dann würde ich da ein paar Follow-up-Videos dazu machen. Am Ende bleibt es eure Entscheidung, ob ihr lieber mit Nginx oder mit Apache arbeiten wollt. Und da lieber mit irgendwelchen Plugins oder so zurechtkommt. Wenn euch das lieber ist, wenn ihr damit besser zurande kommt, dann benutzt das gerne weiter. Ich wollte euch wie gesagt einfach hier an der Stelle nur mal die Lösung Traffic präsentieren. Falls ihr euch jetzt denkt, okay das ist doch wesentlich simpler, wenn ich mal irgendwie einen Server irgendwo abspinnen möchte mit ein paar Services und so weiter. Am Ende bleibt es eure Entscheidung, was ihr da benutzt. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wie gesagt, lasst ein bisschen Feedback in den Kommentaren da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann liebe Leute und auf Wiedersehen.